Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so einen Innenraumfilter bei deinem Auto richtig wechseln kannst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich wechsle diesen Innenraumfilter jetzt einmal bei mir als Beispiel an meinem 6er Golf hier. Und nicht wie man es erwarten möchte, ist dieser Innenfilter nun hier vorne irgendwo unter der Motorhaube versteckt, sondern unter dem Handschuhfach. Deswegen gehen wir da jetzt gleich einmal hin. Wir sind jetzt also auf der rechten Seite beim Beifahrersitz unter unserem Handschuhfach. Hier sind auch schon die ganzen Auslässe für die Klimaanlage. Und dort ist jetzt erst einmal noch eine Abdeckung drauf, die wir runterbekommen müssen, dass wir zu unserem Innenraumfilter kommen. Das Ganze wird von zwei so kleinen schwarzen Schrauben, das sind Plastikschrauben gehalten. Einmal hier und einmal hier drüben noch. Und diese müssen wir jetzt einfach mal gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann löse ich das Ganze auch. Hierfür entweder mit den Fingern, das geht meistens auch, oder wir verwenden einfach einen Schlitzschraubenzieher. Die zwei Schrauben sind gelöst und jetzt müssen wir mal noch diese Schutzabdeckung hier nach unten ziehen. Hierfür am besten einfach mal, wo dieses Bläse nach unten kommt, etwas mit die Finger reingehen und dann kannst du das Ganze auch schon nach unten nehmen und einfach mal entfernen. Hier auf der linken Seite sehen wir jetzt einmal unser Innenraumfiltergehäuse. Dort können wir auch erkennen, dass hier noch so ein schwarzes Plastikstück nach unten geht. Dieses nehmen wir einfach mal, ziehen es rechts rüber und dann können wir diesen Deckel hier auch schon nach unten wegziehen. Denn dort hängt auch unser Innenraumfilter jetzt dort. Nachdem der Deckel unten ist, einfach diesen Innenraumfilter hier unten einmal packen und dann das Ganze nach unten rausziehen und auch schon wieder aus dem Auto nehmen. Wie du sehen kannst, ist hier auch bei meinem Innenraumfilter wirklich schon viel Dreck drinnen, weswegen ich diesen auf jeden Fall mal austauschen muss. Hierfür habe ich mir jetzt einen neuen Filter besorgt. Den neuen Filter jetzt unbedingt richtig rumhalten. Bei mir ist es so, dass hier auf der rechten Seite diese Abschrägung ist. Dann müssen wir mal mit etwas Fingerspitzengefühl diesen hier hinten reinbringen. Bei mir ist das jetzt auch schon geschehen und dann kann ich diesen mal ganz nach oben schieben. Nun müssen wir uns den Gehäusedeckel mal nehmen. Hierfür unbedingt darauf achten, diese Haken müssen nach links drüben zeigen, denn diese Haken müssen jetzt hier in diese Löcher oben rein. Hierfür nehmen wir also jetzt unser Deckel, schauen, dass die Haken durch die Löcher durchgehen, was bei mir jetzt eigentlich auch schon geschehen ist. Dann noch etwas das Ganze nach oben drücken und wenn es wirklich oben bündig ist, können wir es links rüber schieben, dass die Haken auch wirklich schön oben einhaken und dann sitzt dieser Gehäusedeckel auch schon wieder fest drinnen. Das Ganze hier macht übrigens beim links rüberschieben dann so ein leichtes Klicken und dadurch erkennst du auch, dass dieser wirklich eingerastet ist. Dann müssen wir mal wieder unsere Abdeckung hier nehmen, die wo hier oben drauf kommt. Am besten einmal schauen, dass wir sie hier vorne zuerst etwas reinbringen und dann danach darauf achten, dass die ganzen Gebläseauslässe hier oben schön durch die entsprechenden Bohrungen durchkommen. Und dann müssen wir das Ganze hier vorne noch reinstecken. Das ist am Anfang immer etwas Fuselarbeit, doch mit der Zeit hat man auch den Dreh raus. Die Abdeckung sitzt wieder richtig und jetzt einmal noch unsere zwei Schrauben hier nehmen. Hierfür einfach das Bohrloch hier oben fühlen. Und das Ganze wieder im Uhrzeigersinn drauf drin und somit haben wir das Ganze auch schon sauber gewechselt. Wenn du dir jetzt so einen Innenraumfilter, egal ob für einen 6er Golf oder auch für jedes andere Auto zulegen möchtest, dann empfehle ich dir hierfür wirklich nur Amazon. Hier hast du eine sehr hohe Qualität zu einem relativ günstigen Preis von Markenherstellen und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also so einen Innenraumfilter für dein Auto zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.